Hallo, Michael ist mein Name. Ich rufe Sie an im Auftrag von CapExal. Sie hatten schon mal vor kurzem irgendeinem Kollegen von mir gesprochen, aber da hatten Sie irgendwelche Verbindungsprobleme, habe ich gesehen. Und ich rufe Sie jetzt an, um einfach das Gespräch weiterzuführen. Ja, wir hatten die Frage, weil das Telefon hier total für den Arsch. Wer ist da nochmal? Mein Name ist Michael. Ich rufe Sie an im Auftrag von CapExal. Sie hatten sich eingetragen, weil sie sich für das Geldverdienen mit Volkswagen-Aktien interessieren. Ah, okay. Da war das der, den ich nicht verstanden habe. Okay. Ja, er hat hier nur einen Kommentar reingeschrieben, dass irgendwie er Probleme mit dem Anrufsystem hatte. Und dann hatten wir aber weitere Probleme und deswegen ist das jetzt. Das letzte Mal war am 21. und deswegen bin ich jetzt erst am Telefon. Ach so. Ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht. Dann ist ja gut, dass ich Sie jetzt nochmal am Telefon habe. Ja, klasse. Was geht es denn? Ja, Herr Feller, Sie hatten sich ja eingetragen. Sie haben sich ja dafür interessiert, mit Volkswagen-Aktien Geld zu verdienen. Ja, klar. Und da bin ich jetzt einfach der Kollege, der hier im Haus ist, um Ihnen die Handelsplattform zu zeigen und Ihnen das soweit vorzubereiten, dass halt dann der Senior Account Manager Ihnen wirklich alles im Detail zeigen kann, wie Sie auch dann wirklich Profite machen können von der Marktbewegung. Aber das klappt wirklich, ja? Das klang so super, wo ich das gelesen habe, aber irgendwie auch fast zu gut. Herr Feller, es ist ja folgendermaßen. Es ist ja wie immer in den Finanzbranchen. Man kann natürlich gewinnen, man kann aber auch verlieren. Ja. Was ich aber Ihnen sagen kann ist, es ist ja, am Anfang ist es erstmal so. Ähm, Sie würden ein Handelskonto aktivieren. Dieses Handelskonto würden Sie aufladen. Das heißt, es ist, sag ich jetzt mal, vergleich mal mit einer Pre-Ped-Karte, ne? Das heißt, das Geld wandert einfach nur von dem einen Topf in den anderen Topf. So. Und wenn das alles passiert ist, noch mit ein, zwei anderen Sachen, ähm, dann würde Sie einen Kollege von mir anrufen. Wie gesagt, das ist der sogenannte Senior Account Manager. Und der ist der Kollege hier im Haus, der wirklich sich den ganzen Tag mit den Marktbewegungen, mit den Zahlen, ähm, äh, auskennt und das alles macht. Und der sagt Ihnen dann, zeigt Ihnen die Plattform, sagt Ihnen so, okay, das sind die Möglichkeiten, das sind die Risiken und so weiter und so fort. Und wenn Sie dann sagen, Herr Föller, das ist mir alles zu spekulativ oder das ist mir alles nichts, dann nehmen Sie die 250 Euro, holen Sie die wieder zurück auf Ihr Konto und es ist nichts passiert, ne? Also für die Aktivierung wird kein, werden keine Gebühren fällig, es wird auch nichts fällig, wenn Sie das Geld, ähm, wenn Sie jetzt mal 30 Tage sagen, weiß ich nicht, ich mache jetzt nichts und so weiter. Also es passiert nichts mit Ihrem Geld, solange Sie es nicht selber aktiv einsetzen. Also das, ähm, bei Ihren Seiten, das ist so nichts, so, äh, so, 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 Mitgliedschaftsgebühren irgendwie? Nein, nein, keine Gebühren. Das sind, genau, ne? Wie gesagt, Handelskonto aufladen, sich das angucken, mit dem Senior Account Manager telefonieren, das ist alles kostenlos, das kostet Sie überhaupt nichts. Und wenn er dann sagt, und wenn er dann sagt, äh, wenn Sie, entschuldigen Sie, wenn Sie dann sagen, nee, möchte ich nicht, dann nehmen Sie 250 Euro zurück und freuen sich darüber. Hm, also wenn das alles nichts kostet, wie, wie verdient Ihre Firma denn denn Geld an der Sache? Das ist irgendwie komisch, oder? Nein, das, was, nein, also, das, was ich eben jetzt gesagt habe, ist nur diese Aktivierung vom Konto. Die kostet halt überhaupt nichts, keine Gebühren oder sonst irgendwas. Wenn Sie dann in ein, äh, ins Handeln kommen und wirklich sagen, ich setze jetzt wirklich dieses Geld ein, mit dem potenziellen Gewinn, ähm, dann würden auch Gebühren anfallen. Aber welche Höhe sind, äh, welche, wie hoch die Gebühren an sind, ist natürlich dann auch davon abhängig, wie viel Sie einsetzen. Aber das kann Ihnen dann der Kollege sagen, wie gesagt, in dem Moment haben Sie noch kein Geld ausgegeben. Er sagt jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt 50 Euro auf Volkswagen setzen, dann wären die Gebühren so und so. Das Potenzial, was Sie gewinnen, ist so und so. Das Potenzial, was Sie eventuell verlieren könnten, kann man halt auch managen, das wäre dann in dem Fall so und so, ne? Ja, und wie gesagt, das ist das, was erstmal komplett kostenlos ist und erst, wenn Sie ins Handeln kommen, erst, wenn Sie wirklich Geld einsetzen, dann fallen Gebühren an und dann geht's halt auch weiter, ne? Sind Sie noch bei mir, Herr Fäller? Hallo! Hallo! Ja, ich höre Sie, hören Sie mich auch? Ja, scheiß Telefon schon wieder, keine Ahnung, was da ist. Gerade gar nichts gehört wieder. Ja, ich weiß nicht. Wie, wie weit haben Sie es denn gehört? Ich weiß nicht, irgendwas war so, und dann war Telefon wieder weg. Okay, und wie weit haben Sie mich verstanden? Sehr gut, und dann war plötzlich die Leitung weg. Also kein Problem beim Verstehen. Ja, also... Nur weg einfach wieder. Ja, wann, wann, wann war denn die Leitung weg? Was war denn das Letzte, was Sie von mir gehört haben? Ach so, irgendwas, 50 Euro und eine Aktie, aber kriegt man die für so wenig Geld schon? Ja, ja. Weil Sie, was der Unterschied zu dieser Handelsplattform ist, zu normalen Aktien, ist ja, dass Sie ja nicht die komplette Aktie kaufen. Ja? Nicht? Und, ähm, sondern Sie... Nein, Sie können, deswegen können Sie auch mit einem gerinnigen Betrag schon einsteigen. Sie haben da die Möglichkeit, auf diese Marktbewegungen zu setzen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ich glaube, Sie haben auf Volkswagen reagiert. Ja, ja, Volkswagen, ja, Volkswagen. Genau, genau. Da habe ich gedacht, jetzt bei Corona viele Leute nichts gut arbeiten und so, ist jetzt günstig, kann man günstig kaufen. Und wenn es wieder richtig losgeht, dann kann man wieder teurer verkaufen, so war Gedanke von mir gewesen. Ja, ja, genau. Da haben Sie auch grundsätzlich recht. Na, wenn ich jetzt mal gucke, so jetzt im letzten Monat, ne, ähm, jetzt brandaktuell ist der Kurs halt bei 202 Euro, war aber auch schon mal bei 192 Euro. Ja, ja. Und, äh, wie gesagt, um das Handelskonto zu aktivieren, brauchen Sie halt der minimale Einsatz in 250 Euro. Ja, von diesem, von diesen 250 Euro könnten Sie sich beim normalen oder bei anderen Handelspartnern genau eine Aktie kaufen. Genau, genau. Ja, dann kommen noch Gebühren, das, genau. So, und auf dieser Plattform, von der wir jetzt aus anrufen, können Sie halt auch mit viel, viel geringeren Beträgen halt schon einsetzen, weil Sie halt nicht die komplette Aktie kaufen, sondern nur auf die Aktienbewegung, äh, handeln. Was heißt das? Ja, also wenn Sie jetzt sagen, ja, genau, das heißt, wenn jetzt, äh, wenn Sie sagen, ich vertraue Volkswagen, Volkswagen ist eine gute Marke. Ja, klar, deutsche Qualität wird. Ja, genau, genau, können Sie sagen, nee, das steigt auf jeden Fall weiter und von dieser Marktbewegung profitieren Sie dann. Aber wie gesagt, was das im Einzelnen ist und wie viel Ihr Profit ist und wie viel Sie einsetzen müssten, um dann den gewissen Profit zu erzielen, ähm, das würde der Senior Account Manager machen. Was ich jetzt mache, ist mit Ihnen das Handelskonto, der Senior Account Manager, das ist der Kollege hier im Haus, der halt dieses, äh, Ihnen da die Unterstützung gibt, was Sie wann einsetzen, ja. Ja, mein Job ist es jetzt, Ihnen zu helfen, äh, Sie dabei zu unterstützen, das Handelskonto einzurichten. Und das halt der Senior Account Manager Sie anrufen kann, weil der ruft Sie halt erst an, wenn das Konto auch eröffnet ist. Ah, verstehe. Das ist wie bei, bei dieses Calling-Sendung. Genau. Oh, hier wird geguckt, ob die Leute wirklich wollen, bevor die mit den, mit den richtigen Leuten reden. Verstehe, gut gemacht. Nee, es ist ja so, ähm, also, was, der Sinn halt dahinter ist, ist, dass Sie halt nicht, ähm, einfach unbedenkt in den Markt reinstoßen und sagen, ja, das hört sich interessant an, Geld in den Markt reingeben, ihr hart verdientes Geld, ja. Und dann passiert halt irgendwas Unerwartetes und dann ist Ihr Geld einfach weg, ne, zum Teil oder ganz und das, das wollen wir halt verhindern und deswegen sagen wir halt, wir geben Ihnen einen, einen, äh, einen Kollegen an die Hand, der sich halt mit den Zahlen auskann, der das alles macht. Und der kann Ihnen halt auch dann sagen, okay, das wäre jetzt vielleicht, äh, eine Möglichkeit oder halt nicht, dass Sie halt nicht alles auf eigene Faust machen. Aha. Und dann wirklich Ihr, 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 ihr halt, dieses Geld einfach dann futsch ist. Also, der sagt dann, ob es ist gut oder schlecht und ruft an, wenn was gut ist oder wie heißt er das? Genau. Ist ja krass. Genau, also Sie können ihn dann an... Bitte? Nochmal? Mein Butler oder was? ich weiß nicht ob er die bezeichnung möchte aber ich glaube persönliche assistent in finanzbranche trifft er also das ist dann meiner ja genau was klappt das dann mit dem zu arbeiten wie viel will der haben gar nicht auch nicht nein nein gar nicht das ist ja dann nein natürlich natürlich muss die firma Geld verdienen ja klar das klingt schon fast zu gut hier natürlich fallen auch Gebühren an wenn sie jetzt einen einen ins Handeln kommen ja was muss ich mir denn vorstellen das muss ich ja vorher wissen bevor ich irgendwo Geld gebe muss ich wissen was der Spaß kostet nein wie gesagt doch was wir machen ja also ja was ist das erst mal so ist das Monatsbetrag ist das Provision oder wie muss ich mir vorstellen was meinen jetzt naja was ihres firma bekommt von mir Warten Sie Herr Fäller ja eine Sekunde ich habe gerade ganz ganz starkes knacken in der Leitung einen Moment bitte ja klar scheiß Telefon Hallo Herr Fäller sind Sie noch da? Hey Kollege ich dachte schon ich ist wieder kaputt Herr Fäller? Ja ne 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 ich hatte nur irgendwie hier ich weiß nicht mit dem Headset oder sowas Probleme blöd was habt ihr für Headset? also Herr Fäller ja das ist doch das spielt überhaupt keine Rolle anscheinend aber sie funktionieren wir sprechen ja jetzt schon seit elf und halb Minuten ja klar also super ich würde sagen weil ich habe Sennheiser habe ich nie Probleme mitgehabt ja also Herr Fäller ich würde sagen wir machen jetzt mal weiter wir öffnen jetzt mal das Handelskonto Klasse und alle Fragen die Sie mir jetzt gestellt haben ne mit den mit der Provision und so weiter und so fort ja das machen wir alles dann mit dem Senior Account Manager Wann rede ich denn mit dem? Weil ich bin jetzt dann bald bei Urlaub der wird sich in den nächsten 24 bis 48 Stunden Maximum bei Ihnen melden ne das heißt Sie können jetzt bevor Sie in den Urlaub gehen können Sie schon was machen ne und dann können Sie im Urlaub beobachten wie sich das alles vermehrt das macht der dann ne der passt da drauf auch für mich hast du gesagt ja eine Sekunde nochmal ich habe hier schon wieder so eine Sekunde blöd Herr Fäller anwesend Herr Fäller wunderbar Herr Fäller ich würde Sie gerade mal an meinen Manager weitergeben der macht dann die weiteren Schritte mit Ihnen ja? alles klar super danke ja alles klar ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag Herr Fäller gleichfalls Dankeschön Hallo Herr Fäller ja mit wem habe ich das Freude ja ja schönen guten Tag äh Sie haben das Vergnügen mit dem Marvin von Kapixal auch schönen guten Tag wie geht es Ihnen? Oh ganz gut und selber? ja könnte nicht besser sein ich helfe Leuten ihre finanzielle Situation verändern und das tagtäglich ich finde das ein schönes Gefühl wie der Weihnachtsmann hahaha nein der Weihnachtsmann der hilft nur den Leuten den Kindern die auch brav gewesen sind ich helfe allen Leuten auch die die nicht brav waren das ist gut ich bin auch ganz böse Junge ja da sind Sie ja bei mir richtig böser Junge böser Junge klasse sehr gut wir werden Freunde das merke ich direkt Herr Fäller ganz kurz woher kommen Sie? woher kommen Sie ursprünglich? Russland? Russland ja kann man gut hören immer noch ja kann man kann man immer noch hören ich spreche leider kein Russki Janne Panimajok da ist ja nicht schlimm ich kann hier Deutsch reden ja das ist okay das begrüße ich Herr Fäller ganz kurz Sie hatten ja Interesse bekundet warte mal mir ist mein Kaffee umgekippt warte mal ganz kurz scheiße scheiße neue Hose Entschuldigung fuck Hallo Hallo ja ich bin noch da Entschuldigung Kaffee umgefallen ja scheiße ja was ist denn das für ein Geräusch im Hintergrund ha? nochmal? ich hab grad irgendwie ein Geräusch gehört im Hintergrund hören Sie mich? mein Kaffee ist umgefallen ich heiße Marvin ich heiße Marvin ok ok Herr Fäller ok Sie hören mich wieder ja? ja alles gut wunderbar ok also Herr Fäller Sie hatten ja sich ähm registriert gehabt am sechzehnten also so Mitte August ne? kann sein weiß ich nicht mehr was nur da hatte mal einer angerufen und Telefon war vor dem Eimer und dann wo Sie viel Arbeit ne? ja ja na gut Sie haben sich Mitte August registriert und da hatten Sie Interesse bekundet Ihre finanzielle Situation zu verändern Sie wollten handeln mit der Volkswagen Aktie richtig? richtig richtig wunderbar sehr gut so jetzt haben Sie die Möglichkeit mit Volkswagen auch zu handeln Sie haben die Möglichkeit eine potenzielle bitte? versuchst du gerade in meinem Akzent zu sprechen? was tue ich? versuchst du gerade in meines Akzent zu sprechen was? hm 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 schon ein paar mal jetzt gehört was meinen Sie jetzt? ich verstehe auch normal sprechen ich spreche nicht normal Herr Fäller oder? nein immer so mit russisches Unterton ich kann auch normale klare Deutsch wunderbar verstehen ja ich kann keinen russischen Unterton ich mach keinen russischen Unterton ja ich kann keinen russischen Unterton hört sich so an also Herr Fäller meine Zeit möchte ich meine Zeit ist kostbar ja Sie haben die Möglichkeit mir zuzuhören Herr Fäller so was ist das denn was ich da im Hintergrund höre? ich hab keine Ahnung bei von Zimmer läuft Fernseher ok also Herr Fäller hören Sie mir zu Sie haben ja äh Interesse bekundet am Handeln mit der Volkswagen Aktie wissen Sie denn wo die Volkswagen Aktie momentan steht? äh wo war das Ding? irgendwas bei bei 200 knapp ne? sehr gut Herr Fäller sehr gut genau gesagt 202 Euro ja äh vor 6 Monaten da lag die Aktie allerdings noch bei knapp ja mhm mhm 140 ja Anfang des Jahres lag die Aktie bei 140 Euro ja jetzt momentan bei 200 US-Dollar äh Euro sind 60 Euro Anstieg richtig ja und das ist ja sozusagen kann man sagen genau das sind ein paar Prozente ja wenn man das kann man also sagen eigentlich 50% hm man kann es wissen wenn man die Informationen hat dann kann man um einiges mehr wissen man kann es nicht mit Sicherheit wissen aber äh Wahrscheinlichkeiten kann man erhöhen ja ok äh jetzt ist es so jetzt gibt es natürlich noch eine Prognose laut Financial Times und Goldman Sachs soll die Volkswagen Aktie in den Dingen also bis Mitte Januar auf über 230 vielleicht 250 Euro steigen nicht schlecht ok dafür gibt es natürlich auch eine Logik ich weiß nicht wie viele Nachrichten sie lesen oder inwieweit informiert sie sind wenn ich können sie sich vorstellen warum Volkswagen in den nächsten zwei Wochen so dermaßen ansteigen soll bestimmt wegen denen Elektrodinger was die machen oder was was für Elektrodinger was ist das ein Auto mit Elektro statt PNC ach Elektroautos ja nicht nein liegt nicht daran warum denn nein ja ich weiß nicht warum aber es liegt nicht daran der Grund für diesen Anstieg ja Elektroautos ist ja mehr so Tesla na gut ich meine bestimmt bestimmt geht das ein bisschen hat das auch ein bisschen mit den Elektroautos zu tun ja aber der eigentliche Grund ist in Salzgitter ich weiß nicht ob sie das mitbekommen haben in Salzgitter möchte Volkswagen mit der Firma QuantumScape Batterie eine große Batteriefabrik aufbauen haben sie davon mitbekommen ne das nicht aber das dieses ähm dieses Batterie für Elektroautos googeln sie das mal googeln sie das mal geben sie mal an Volkswagen und QuantumScape das sind zwei Unternehmen also QuantumScape ist ein amerikanisches Batterieunternehmen ja mit Lithium Ionen Batterien und Volkswagen kennen sie so Volkswagen und QuantumScape die möchten zusammen in Salzgitter eine Batteriefabrik eine innovative Batteriefabrik aufbauen ja wo Lithium Ionen Akkus auch hergestellt werden sollen ja das sind diese diese Feststoff Batterien da ja ich kenne von Rasenmäher ja genau vom Rasenmäher genau ja und ähm so funktioniert das ja ja glaube ich vielleicht auch vom Volkswagen ist der Rasenmäher ich weiß es nicht auf jeden Fall diese beiden Unternehmen weil leider nicht ich weiß nicht ob die welche machen ja vielleicht vielleicht machen sie ja den Motor ich weiß es nicht auf jeden Fall können sie davon dann äh diese beiden Unternehmen möchten zusammenarbeiten okay die bauen in Salzgitter eine Batteriefabrik und das soll eine sehr innovative Batteriefabrik sein und das hängt auch mit dem Aktienkurs zusammen ja bald haben wir wieder die Hauptversammlung wo die Großaktionäre wieder zusammenkommen und dann haben sie Herr Herr Feller sie haben dann auch die Möglichkeit diese Gelegenheit zu nutzen mit Volkswagen okay das ist gut das ist gut das gibt Sinn das gibt viel Sinn genau ich würde ihnen ähm zeigen wie sie die Gelegenheit nutzen können okay ok ok klingt gut aber da brauche ich ja schon ein paar mehr Aktien wenn das sag ich mal so ok so 40 50 Euro noch nach oben gehen soll da braucht man ja ein paar mehr wenn man richtig verdienen will oder? hm ja gut es kommt drauf an welche Ziele sie haben Kohle wenn sie jetzt sehr ambitionierte finanzielle Ziele haben bitte? Kohle, Geld, Rubbel genau 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 also natürlich um Geld zu machen braucht man Geld ja deswegen zeige ich ihnen wie sie die Gelegenheit nutzen können Herr Feller sind sie gerade am Handy äh ja richtig ja wunderbar dann schicke ich ihnen gerade eine SMS raus sind sie sicher dass sie am Handy sind? absolut also ich habe gerade versucht ihnen eine SMS rauszuschicken das hat nicht geklappt also glaube ich dass sie am Festnetz sind richtig? äh ich habe ähm wie heißt das an Weiterschaltung von Festnetz auf Handy geht doch E-Mails schicken ist kein Problem muss ich bei Computer noch Rechnung schreiben nachher müssen sie noch Rechnung schreiben ok Herr Feller wie wäre es denn so ich habe einen Vorschlag Herr Feller wie wäre es denn so sind sie morgen früh sind sie morgen früh am PC Sagen wir morgen um 10 Sagen wir morgen um 10 da sind wir Außendienst Einsatz da kann ich nicht und was arbeiten sie denn wenn ich fragen darf? in Kassel hm das ist interessant das ist gut arbeiten ok ok ja 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 kann ich mir vorstellen ok also Herr Feller wenn sie wollen machen sie den PC an dann zeige ich ihnen kurz die Internetseite ja beziehungsweise meine Aufgabe ist es ja nur ihr Handelskonto zu aktivieren sie sprechen danach mit dem Senior Account Manager ach ich dachte sind sie weil der junge Mann der sagt ich gebe sie jetzt den Manager ich bin der Account Manager aber ich bin nicht der Senior Account Manager der Senior Account Manager der wird erst mit ihnen in Kontakt treten wenn sie ein aktives Handelskonto haben ja natürlich Herr Feller sie teilen auch nur sie teilen sie teilen sie wissen doch wie es funktioniert sie teilen die besten Informationen nur mit den besten Freunden oder? ich rede mit niemandem weil was ich nicht weiß das kann niemand verraten ja also ich die tollsten die besten Informationen gebe ich nur meinen besten Freunden und das macht Kapixal genauso Kapixal gibt die besten Informationen nur den Leuten die auch Interesse haben echtes Interesse das ist gut und wissen sie wie man echtes Interesse beweisen kann? bestimmt mit Geld wissen sie das? machen wir nicht anders wenn einer einen Schuldentitigungsplan haben mit einem aktiven Handelskonto so mit einem aktiven Handelskonto kann man Interesse bekennen da Blutzeug ja oder vielleicht sag ich noch was das Unternehmen möchte keine Computer ist an das Unternehmen möchte keine keinen einzigen Euro von ihnen haben das Unternehmen möchte nur dass sie ein aktives Handelskonto haben und sie mit dem Senior Account Manager sprechen ja ja das hat der Kollege schon gesagt und ich frage mich wie kann eure Firma leben genau 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 und danach ja ja genau und danach entscheiden sie ob sie dann auch wirklich das Interesse dann bekunden möchten und ob das ja das ist gut aber wie verdient ihr Geld dabei? das ist irgendwie komisch finde ich oder sehr undurchsichtig ja wie verdienen wir unser Geld? ja also das Unternehmen ist eine Handelsplattform die Handelsplattform verdient vor allen Dingen daran Geld dass viel gehandelt wird also viel getradet wird das heißt also je höher sie traden desto größer ist das Volumen und desto glücklicher ist das Unternehmen ja also Provision Basis ja wie auch bei Inkasso ha 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 Provision wieso Provision nein hören sie zu wenn sie ein aktives Handelskonto haben und sie handeln ja dann kriegt niemand eine Provision sie kriegen pro Vermögenswert wenn sie jetzt eine Kaufs- oder Verkaufsposition öffnen oder schließen müssen sie den Unterschied davon bezahlen das sind prozentuale kleine Beträge ok kann ich einmal eines Rechenbeispiel haben bitte? Gerne also wenn sie jetzt zum Beispiel sagen äh wo waren wir denn Volkswagen noch was anders drum äh wenn wir jetzt sagen äh Amazon ist jetzt momentan bei 3500 wenn sie jetzt eine ähm ein äh Differenzkontrakt mit Amazon zum Beispiel handeln möchten dann zahlen sie eine Gebühr von das könnten vielleicht 15 vielleicht 20 Euro sein als Beispiel wenn ich das Aktie dann kaufe das Aktie dann kaufe wenn sie mit dem Amazon Aktienkurs handeln wollen aber Amazon der Amazon Kurs ist natürlich etwas teurer und auch die Gebühren sind teurer ja weil eben Amazon etwas teurer ist Volkswagen ist jetzt gerade mal bei 200 Euro also da werden die Gebühren natürlich geringer sein um einiges geringer gut 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 und das ist dann eines mal oder solange man das macht jedes Tag oder wie wie muss ich vorstellen sie können das machen so oft wie sie wollen also sie können jetzt zum Beispiel sagen sie handeln jetzt einmal äh sie handeln jetzt zweimal sie können auch einmal im Tag oder fünfmal am Tag sie können auch einmal im Monat wenn sie wollen das ist ja ihnen freigestellt also der Kollege hat gesagt der ist der Account Manager er macht dann Herr Feller der Senior Account Manager der ruft sie an und erzählt ihnen welche Möglichkeiten sie haben aber sie sind ja über 18 sie treffen ja ihre Entscheidungen selber ja der hat gesagt wenn ich bin ich bin ich bin ich bei Arbeit oder bin ich bei Urlaub er macht ich versichere ihnen das hat er nicht gesagt das darf er nämlich nicht sagen der Senior Account Manager wird mit ihnen äh wird mit ihnen ähm eine Handelsstrategie aus äh festlegen der wird ihnen sagen wie sie handeln können aber die Entscheidung liegt und bleibt natürlich immer bei ihnen ja wenn sie jetzt also sagen ach nö äh ich glaub da nicht mehr an Volksmann ja natürlich das ist ja ihr Geld wollen sie nicht vollen Konto zum vollen Zugriff auf ihr Geld haben doch natürlich ich meine wer gibt schon irgendwo Geld irgendwelchen fremden Menschen und dann lässt man diese fremden Menschen einfach handeln das ist doch mein Geld ich möchte doch wissen was mit meinem Geld passiert Herr Feller ja in der Firma habe ich auch Sekretär und Finanzmanager ist kein Problem wofür gibt es gute Menschen bei dem Markt sie sagten doch wohin sie trauen niemandem aber dann trauen sie ihr Geld anderen Menschen an das ist notwendiges Obel die wissen ich brech ihnen die Beine wenn sie mit meinem Geld scheiße machen okay Herr Feller Sie sind mir sehr sympathisch Herr Feller ich muss leider ich äh das Ding ist ich hätte ihnen jetzt gerne schon die Handelsplattform gezeigt wir sind schon 30 Minuten im Gespräch ja und ich habe jetzt noch einen ganz wichtigen Termin ja ich würde es vorschlagen Herr Feller ich würde gerne mit ihnen weil sie sind sehr sympathischer Mensch ja und mir gefällt es doch dass wir Russe sind Sympathiebonus bei mir ähm na ist kein Witz das ist gut äh wann darf ich sie denn morgen anrufen beziehungsweise mein Kollege äh ja kommt drauf an wie schnell der Typ das geht hier sagen Sie eine Uhrzeit ich mache einen Termin mit Ihnen wie lange arbeiten Sie welcher Typ ne wo wir hin müssen morgen okay achso achso äh 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 Mafiageld und so ja ja ist klar ähm ich mag dich super blöd haha ooohaa Oh sehr gut, sehr gut. Aber selber anrufen aber selber anrufen nicht aber dann selber an mich ein Azubi anrufen lassen ich rede nicht mit Laufburschen Also Sie wollen dass ich dann rufe? Ja klar ist das ist gut der andere ist zwar auch nett ist jung aber wir haben eine gute connection ja dann würde ich sagen morgen nicht mal kurz überlegen und wie viele uhr ich anrufen kann ich kann es nicht versichern weil ich bin ja ich habe sehr viele calls und so weiter aber ich glauben sie sagen wir mal drei uhr drei uhr wie sieht drei uhr bei ihnen aus morgen ist donnerstag klappt ich schreibe mir so schnell geht die woche rum so schnell ja also dann muss ich sagen dann hast du aber eine gute woche gehabt die war sehr ertragen wir sind auf zupern gewesen lissabon gewesen überall gewesen zeit fliegen ja 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 bestimmt ich muss weiter ich habe einen termin ich rufe morgen gegen drei uhr an ist es okay so mache ich schreibe auf und gucke dass ich da bin das wäre super alles klar da werde ich ihnen sehr verbunden der fähler gut macht sie fertig ja alles klar ich wünsche ihnen schönen abend wir uns dann morgen ja dass wir die ohren steif und schauen sie sich mal die volkswagen aktie an morgen ja bis dann tschau tschau